Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Blog von mir. Ich bin Charmina und falls du mich noch nicht kennst, kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Und falls dich da der Inhalt anspricht, gerne hier unten abonnieren. Das würde mir echt weiterhelfen und ich würde mich über jeden Supporter weiterhin freuen. Und ja, also heute geht es auch zum Action. Ich bin hier im Action beim Raunheim. Genau, also Leute, es war so ein Akt, das zu finden. Und jetzt sind wir hier und ich muss euch sagen, wenn ihr ein Auto habt, fahrt lieber mit dem Auto dorthin, weil ich habe kein Problem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Aber in der App stand, dass ein Bus fährt und tatsächlich ist kein Bus gefahren und wir mussten dann einfach schlussendlich 20 Minuten laufen. Und ja, jetzt geht's gleich los. Also Leute, hier ist irgendwie gar nichts zum Thema Angebot der Woche, was ich sehr, sehr schade finde, weil das finde ich immer richtig cool. Schaut mal, voll die schöne Notizbücher. Ich habe überlegt, ob ich mit diesem Planer holen soll. Schaut mal, wie schön der ist. Und das Ding ist, ich habe den halt auf TikTok gesehen, in rosa und das fand ich ehrlich gesagt noch schöner, aber schwarz hat auch was. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie das aufgeschlagen aussieht. Das sieht echt gut aus. Wow. Also ich überlege mir jetzt gerade wirklich, ob ich das in schwarz holen soll tatsächlich. Also ich finde das richtig cool. Ich habe das auch gesehen, die haben ja auch so Sandmützbücher, finde ich auch richtig schön. Oder auch das hier. Und schaut mal, wie schön ist das. Also wirklich richtig cool. Also ich habe hier auch diesen Kugelschreiber entdeckt. Ich finde den richtig schön. Ich finde den auch interessant. Den gibt es wohl auch im Schwarz-Golz. Aber ich glaube, ich bleibe bei rosa. Und der ist richtig weich. Also ja, finde ich schon richtig cool. Vielleicht hole ich mir beide, ich weiß noch nicht. Also ich habe überlegt, jetzt doch Schwarz-Golz zu nehmen, wegen dem Planer. Aber das hier, weil ich... Ach, ich glaube, ich nehme beide. Hast du noch 5,9? 5,9 bis 7,10? Ich glaube, beides kann ich schon sagen. Also passend zur Grillsaison haben wir uns, also ich bin hier übrigens mit meiner Mom, auch nochmal solche Teller und Becher geholt. Und zwar der Farbe grün. Und ja, passt super zum Picknicken. Ist auch nachhaltiger, als wenn man so Plastik oder Pappe benutzt, was man direkt halt wegschmeißt. Genau, also diese Plastiklöffel oder sowas. Da gibt es ja auch dieses härtere Plastik, was besser ist. Wir haben ja auch tatsächlich richtig viel für die Kunstabteilung. Also ich finde irgendwie diese Stifte gerade richtig interessant. Genau, weil ich bin ja gerade künstlerisch auch so ein bisschen mehr aktiv. Ich glaube, das sind auch so richtig krasse Stifte, die eigentlich von viel kosten. Aber hier sind die voll günstig. Auch so Skizzenbots und so. Also richtig cool. Also heute, bei meinem ersten Action habe ich ja das hier gekauft. Und ich finde das für andere eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber tatsächlich finde ich solche Einzeltuben besser und deckender als die. Also die sind schon sehr, sehr dünn. Und ich sehe gerade, die haben so Glitzer-Akriegel. Oh mein Gott, wie cool. Ich habe hier noch meinen Spiegel, den ich nochmal neu lackieren muss. Deswegen habe ich mir jetzt diese Pinsel geschnappt. Die kosten auch nur 99 Cent. Und damit ich mich noch mal wie ein Künstler fühle, habe ich mir jetzt auch noch so eine Mischpalette für 9,3 Cent geholt. Schaut mal, ich habe hier einfach so einen Starbucks-Becher-Duke gefunden. Die kosten hier 2,50 Euro statt 5 Euro wie bei Starbucks. Und die sind auch aus so einem härteren Plastik. Und den nehme ich mir mal mit. Und was ich hier gefunden habe, Leute, wer kennt diese amerikanischen Kühlschränke, die super fest organisiert sind. Und dafür habt ihr richtig gute Aufbewahrungsboxen. Und die sind auch gar nicht mal so teuer. Ich überlege mir gerade, ob ich mir so ein Set holen soll, damit ich meinen Kühlschrank komplett neu organisieren kann. Die haben ja auch so richtig cute Pflanzen. Ich stehe irgendwie voll auf Orchideen. Ich habe zwar keine echten, aber ja, ich finde, die Pflanzen sehen aber auch ziemlich echt aus. Tatsächlich, also die Orchideen sind echt schön. Also Leute, die Fliegerabteilung ist echt heftig. Das hier kennt ihr ja. Ich würde sagen, das ist ganz gut, auch so für den Sommer, um die Haut abzufühlen. Und ansonsten finde ich sowas auch richtig interessant. Und das hat auch irgendwas mit Banane. Oh mein Gott, das liebe ich ja. Hm, was ist denn das? Zum Bodymoke. Will ich nach Banane riechen? Ja, komm. Also Leute, das ist die Schmuckabteilung. Und ich muss sagen, die Schmuckabteilung sieht zwar nicht so schlecht aus, aber ich habe ja Ränge damals gekauft. Und ich finde die qualitativ nicht gut. Die sind abgefärbt. Aber die Ohrgänge sind hier voll süß. Und dann warte, vielleicht hole ich mir die. Hm. Also ich glaube, die Ohrgänge kosten tatsächlich 2,70. Weil sie auch vergräutet sind. Ich weiß nicht, ob ich sie hole. Hättet ihr euch sowas geholt? Die haben ja auch richtig viele Markenprodukte. Und ich interessiere mich aber mehr für ihre eigenen Produkte. Also diese Haarmasken. Ich weiß nicht, ob das ein Dupe ist zu den Garnier-Produkten. Aber ich habe auch gerade noch Haarmasken. Wenn ich die auch gebraucht habe, werde ich die, glaube ich, in meinem nächsten Action-Hall dann testen. Welche würdet ihr wählen? Ich glaube, ich stehe direkt zu Banane. Also Leute, ich bin gerade bei der Süßigkeitenabteilung gelandet. Und ich muss sagen, diese sind hier komplett richtig günstig. Oh mein Gott. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, was ist zuerst so. Leute, wenn ihr mal die Chance habt, in einem Action zu sein oder zu gehen, dann kauft euch diese Soße. Die ist so geil, Leute. Ich würde am liebsten direkt mehrere Packen holen. Aber ich will auch die hier ausprobieren, weil ich wollte am Anfang nicht direkt alles so kaufen. Weil am Ende schmeckt das mir gar nicht. Aber das hier, ich bin süchtig nach dieser Soße. Die ist so geil, die Yummy-Soße. So Leute, wir kennen ja alle meine Obsession mit Gläsern. Und ich wollte euch sagen, wir haben die auch Coca-Cola-Gläser und auch diese Gläser für Chai. Also falls ihr tätig da seid, dann seid ihr hier gerne willkommen. Ansonsten gibt es hier auch richtig coole Cocktail-Gläser. Wow. Boah, ich will die gerade wirklich so ein Cocktail-Gläser geben. Aber ich habe Angst, dass es zerbricht. Vielleicht mache ich das, wenn ich das nächste Mal mit nach vorne oder so da bin. Und mir dann vielleicht, keine Ahnung, die Möglichkeit haben, mit dem Auto hierher zu kommen. Weil ich glaube, das wird mir alles zerbrechen in der Bahn. Also Leute, Action hat immer die schönsten Deko-Artikel für den besten Preis. Und ich muss sagen, das, was ich letztes Mal gekauft habe, ich erzähle euch so viel vom letzten Video. Ich markiere euch das am Ende. Das hat sich so gelohnt und das sieht mich auch sehr, sehr schön. Also falls ihr Deko-Artikel braucht, weil ihr umgezogen seid oder so, schaut hier unbedingt. Also Leute, wer meine Zimmer-Renovierung gesehen hat, weiß ja, dass ich so Fake-Pail hatte. Und ich habe das nochmal gekauft bei Kick für, ich glaube, 12 Euro oder so. Und hier haben die einfach für 7 Euro. Und ich glaube sogar, das ist dicker als das von Kick. Ich komme gerade nicht drauf klar. Also heftig. Oh, ich überlege, ich kann doch nicht alles kaufen und schleppen, Leute. Oh mein Gott, ich liebe Action einfach. Also Leute, die haben hier auch richtig viel Sprühfarbe. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das hier zu holen für meinen Spiegel. Ich hätte mir einfach diese ganze Acrylfarbe mir sparen können und einfach alles ansprühen können. Dann wäre ich schon längst durch. Aber, ja, dann müsst ihr jetzt schon mal bescheid, wie ihr es nicht macht. Und hier haben wir auch richtig coole Baumaterial. Also Leute, das wurde auf TikTok richtig krass gehypt. Dieser Sneaker-Whitener, die man mit Descent. Das werde ich jetzt ausprobieren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also Leute, ich liebe hier auch Kerzen. Und schau mal, wir haben hier so krass schwarze Kerzen. Ich finde, die Kerzen lohnen sich hier alleine schon wegen den ganzen Bläsern. Also echt unglaublich schön. Und unglaublich krasser Preis dafür, ne? Also richtig, richtig cool. Und ich habe aber genug Kerzen, deswegen denke ich, wird keine mitkommen. Aber, ja, wollte ich trotzdem mal das neueste Update zeigen. Also Leute, hier habt ihr sogar so Oxford-Blöcke. Richtig cool. Also echt, wäre ich noch so ein Schulkind, ich würde hier alles für die Schule einkaufen. Wirklich. Glaubt ihr es mir, wenn ich sage, ich habe noch nie Cheetos gegessen. Hier gibt es ja noch Cheetos. Und, ja, ich überlege, was wir hier holen wollen. Oder die hier. Leute, ich stehe unnormal krass auf Rosenprodukte. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich diese beiden Produkte kaufe, um sie auszuprobieren. Ja, hier habt ihr übrigens die komplette Beauty-Aufteilung. Da werde ich jetzt komplett nochmal zuschlagen. Also Leute, zum Thema Düfte. Wir haben hier sogar Zeug von Christina Aguilar. Und Guess habe ich auch irgendwo hier gerade gesehen. Da, die Packung. Und, ja, finde ich richtig cool. Aber ich bin gut ausgestattet mit Düften, deswegen hab die es mal kein bisschen. Also das klasse ist, die haben hier sogar so koreanische Gesichtsmaßchen. Ich habe jetzt diese hier, aber es gibt auch noch die hier. Und, ja, kann ich gar nicht entscheiden, welches ich gesendlich nehmen soll. Gut. Was ich auch richtig cool finde, ist, die haben hier einfach so labeling Produkte. Und auch so von L'Oreal. Finde ich gar nicht mal schlecht. Auch in näheren Farben. Aber, ähm, ich habe jetzt genug Grote Lippenstückle, deswegen hole ich die jetzt nicht. Aber ich hab geliebt, diese Bananen, äh, Lippen-Dinger zu holen. Und immer, dass wir haben irgendwas in Ruhe. Also Leute, das war's mit dem Action-Haul. Ich habe hier eine komplette Tüte voll bekommen. Und zu Hause werde ich euch dann einfach einen kompletten Haul noch mal in Ruhe zeigen. Und ich habe insgesamt 76 Euro für alles bezahlt. Also wir haben schon einiges in diesem Wagen gefüllt bekommen. Aber es ist auf jeden Fall was Spannendes dabei. Und ich freue mich, wenn ihr da auch reinschaltet. Also bis dann. Tschüss.